Musik Mein Name ist Gabi und ich habe ein MGP End of the Day. Hallo, mein Name ist Noel. Ich habe ein MGP in Rot. Also, jetzt will ich euch zeigen, wie man den Anfang von 180 macht. Also ihr fahrt zuerst aufs Lenkchen. Und dann springt ihr auf. Und dann versucht ihr euch so zu grillen. Ich zeig euch einen Trick beim Grillen. Wenn ihr aufspendt, reist ein Lenker so. Dann hat sie euch gegrät. Okay, ich zeig das Ganze mal, wie das funktioniert. Wenn ihr das gut könnt, könnt ihr dazu noch Fußball fahren. Und dann, wenn ihr rückwärts fahrt, sind wir noch ein Team. Und das mal. Tschüss. 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 Bis zum ersten Mal!